Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet, wollte ich gerade sagen, in den guten Tag gekommen. Naja, das hat Amerika ganz gut hingekriegt, wenn wir hier auf den NASDAQ gucken beispielsweise. Der ist wirklich tapfer auf dem Weg nach oben. Und damit genau so, wie wir uns das in etwa vorstellen, wie eine Fünffälligkeit aussieht. Ich male das hier nochmal so an, so vorne eine große, dann hier zack, wieder eine Korrektur und dann das Ganze hier. Das macht so ein bisschen den Eindruck einer fünffälligen Bewegung. Wir sind hier auch überlappungsfrei. Wir sehen das, diese Zwischenhochs hier und das da. Das heißt, das ist ein wunderschöner Anstieg im Sinne eines Impulses, die klassische Fünffälligkeit, wie wir sie eben kennen und lieben. Danach müsste eigentlich, wenn diese fünf Wellen rum sind, eine Korrektur folgen. Und es gibt ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass wir vielleicht so in die Richtung jetzt so langsam aber sicher kommen für diese kleine Korrektur. Warum das Ganze? Wir haben hier auch im kleineren Chart schon halbwegs eine Fünffelle. Also die Fünfte der Fünften, in der wir jetzt gerade sind. Es nähern sich die Zeichen. Naja, wenn ich ehrlich bin, die Zeichen nähern sich noch gar nicht. Noch ist der Markt nur stark. Es gibt noch keine Anzeichen dafür. Aber was jetzt sehr schick wäre aus meiner Sicht, wenn wir so ähnlich wie hier jetzt mal einen Rücksetzer wieder bekämen. Nur allerdings eben gemessen aufgrund der Gesamtbewegung. Und das wäre dann eben ein Rücksetzer, der uns irgendwo hierhin führen sollte. Und dann, wenn der dann tatsächlich hier schön ABC-mäßig ist, dann den nächsten Schub nach oben. Nur eine Nummer größer wie das, was wir hier haben. Dann haben wir nämlich das, was wir hier vorne haben. Das wäre diese Gesamtbewegung dieser Rücksetzer. Das wäre quasi das und anschließend eine Fortsetzung. Es sieht also weiterhin gut aus. Die starken Seiten zeigen eindeutig nach oben und das ist ein ganz gutes Zeichen, dass das noch nicht zu Ende sein muss und noch ein gutes Stück weiter geht. Das ist natürlich nicht nur beim Nasdaq so. Das haben wir auch beim S&P grundsätzlich so. Auch hier haben wir die Fünffälligkeit angedeutet. Man kann das, wenn man das so ein bisschen zusammenstaucht, einigermaßen gut erkennen, dass wir hier eine ganz große Korrektur, was heißt ganz groß, aber eine sichtbare Korrektur hatten. Hier haben wir eine sichtbare Korrektur. Vorher war es steil, in der Mitte war es steil, hinten ist es steil. Das ist eben so dieses klassische Muster, was ganz gerne dann anschließend eine Korrektur dann eben hat und danach nach oben geht. Ja super, jetzt kann ich es nicht rüberschieben, aber ihr könnt euch das vorstellen. Also anschließend dann die Fortsetzung nach oben nach der Korrektur. Das wäre so mein Lieblingsbild, was ich ganz gerne sehe, wenn ich es denn sehe und dann auch natürlich gerne handelt. Ähnlich beim Dauder habe ich es schon mal eingezeichnet gehabt. Da haben wir so eine Situation hier brandheiß, um hier einen Schub nach oben zu erwischen, eine Abwärtsbewegung hier wackelig und dann die Fortsetzung nach da hinten. So und das führt mich auf eine Geschichte, die ich euch ganz gerne zeigen will und die auch gleich mit einer Frage von euch verknüpft war. Lieben Dank dazu. Wir machen ja sowas wie den Trade des Tages beispielsweise hier auf Finanzmarktwelt. Also da habt ihr die Möglichkeit, dass ihr immer wieder mal einen Trade von mir vorgestellt bekommt und wie wir mit dieser Situation dort umgehen. Oder natürlich Born for Trading, wo wir dann eine ganze Liste haben mit Approved Setups, wo wir sagen, da gehen wir rein, da nehmen wir Gewinne mit, da werden wir hoffentlich niemals ausgestoppt, aber im Notfall dann eben doch noch. Also sowas gibt es ja auch für diejenigen, die jetzt sagen, das ist mir ja alles viel zu vage. Ich brauche es konkret. Klar, machen wir das natürlich auch, aber nicht jetzt innerhalb dieser Videos. Das würde zu weit gehen. Mit einer Ausnahme, jetzt machen wir das doch mal ein bisschen und zwar um ein paar Fragen zu beantworten. Wir können jetzt ruhig mal hier dieses Beispiel nehmen. Ich will jetzt den Ansatz an dieser Stelle nicht erklären, das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Aber viele von euch sehen, dass es im Text immer geht, wir gehen an der Stelle long. Es sei denn, der Kurs geht vorher nochmal in die oder in diese Richtung. Das sind ganz klare Marken, die wir da ansprechen. Also, das heißt, da steht dann zum Beispiel drin, wir gehen long, wenn er da drüber geht. Das ist dann quasi die Stop-Buy-Order, beziehungsweise wer kann sogar eine Stop-Buy-Limit. Da steht dann dran, kaufe über diesen Preis, aber bis maximal diesen Preis. So, allerdings, wenn man das verpasst hat, weil man gesagt hat, ja super, jetzt ist der Kurs hier hoch, da saß ich gerade auf dem Klo, ich komme wieder an den Platz, da steht der Kurs hier. Soll ich jetzt noch reingehen, ja oder nein? Nein, solange der Kurs nicht hier drüber gegangen ist. Ihr müsst diese Marke jetzt nicht konkret, ihr könnt die sehen, das ist überhaupt gar kein Problem, aber es geht mir jetzt mehr um die Erklärung des ganzen Vorgangs. Solange der Kurs nicht hier drüber gegangen ist, würden wir noch long gehen, wenn der Kurs wieder in diese, wir kaufen oberhalb der Marke, aber nicht über. Ja, also das ist so zwei Marken, die wir angeben, als sozusagen eine Stop-Limit-Order. Nur wenn der Markt vorher da durchgeht, bevor wir die späte Chance hatten, trotzdem noch reinzukommen in den Markt, dann würden wir diese Order streichen und sagen, schade, sind wir halt nicht mit dabei. Das ist, weshalb da häufig steht, solange bis der Kurs da drüber geht, gilt diese Order. Ja, für die Born-for-Trading-Leute, die das vielleicht in unserer Approved-Setups-Liste, da heißt es dann Cancel Entry when above. Ja, also wenn der Kurs hier drüber ist, dann nicht. Das ist ein bisschen verwirrend, weil man sagt, wie jetzt? Dann sind wir doch vorher hier schon long gegangen. Richtig, wer rechtzeitig das gesehen hat, ist natürlich an der Stelle schon long. Wer das aber später erst liest, abends erst nach Feierabend drauf guckt und der Kurs steht schon hier, man hat also den Einstieg hier verpasst, bekommt, solange der Kurs nicht hier drüber geht, die Chance, trotzdem noch mal long zu gehen, falls der Kurs noch mal runterdippt. Geht der Kurs erst mal hier noch weiter hoch? Ach komm, löschen wir alles hier an Zeichnungen. Geht der Kurs da vorher noch mal hoch? Also quasi so. Und jetzt sehe ich erst, kann ich jetzt noch long gehen? Nein. An der Stelle hier sowieso nicht long gehen. Aber auch wenn der Kurs jetzt runtergehen würde, werden wir an der Stelle nicht mehr long gehen, weil wir sind ja über diese so lange als Marke. Also ihr müsst jetzt nicht wissen, dass es jetzt geht an dieser Stelle jetzt zu weit, warum die Marke jetzt hier liegt, sondern das ist rein diese Textinformation, die ihr eben immer wieder finden könnt bei uns im Trade des Tages beispielsweise, solange der Kurs nicht da drüber geht. Umgekehrt, nehmen wir mal an, der Kurs eiert jetzt hier irgendwie drin in dieser Range und der Kurs bricht jetzt unter dieser Marke, dann gehen wir auch nicht mehr long, selbst wenn der später noch mal da oben drüber geht. Das ist der Grund, warum wir diese Zusatzinformationen haben. Wir gehen long an dieser Stelle, aber bis maximal dieser Stelle. Wenn wir noch nicht long sind, weil wir es verpasst haben oder weil der Kurs einen Kurssprung gemacht hat, ab da wird gecancelt oder ab hier. Im Prinzip einfach den Text lesen und das so nachzuvollziehen. Also das ist ein bisschen eigenartig. Wenn man drin ist, ist man ja sowieso drin, dann ist es kein Problem. Aber wenn man es verpasst hat, dann hat man die Chance dann an der Stelle zu sagen, ah schade, aber da ist er jetzt halt ohne mich dann gelaufen. So und da sind wir hier bei einem Beispiel, das jetzt im Moment gerade ansteht. Es gibt jetzt leider aus technischen Gründen und auch aus zeitlichen Gründen keinen Trade des Tages hierzu. Aber wer das sich angucken will, das ist so eine Situation. Meine Erwartungshaltung, wenn er hier drüber hinaus geht, läuft er noch bis da oben hin. Wenn er hier unten drunter hinaus geht, läuft er noch bis hier hin. Würde mir ja sowieso ganz gut passen im Sinne einer Bewegung, die jetzt ein bisschen hier nochmal runter käme. Wäre ja gar nicht so schlecht. Und dann anschließend nochmal weiter nach oben. Das dann aus Elgit-Wellensicht sogar korrektiv. Dann hätten wir die Chance, dass der Kurs dann nach oben geht. Vorsichtig, diese Linien sind kein Abprallniveau. Das ist jetzt rein zufällig, dass ich das da hingemalt habe, sondern das ist einfach unsere Zielmarke. Warum das so ist, da kann ich mal einen anderen Videobeitrag machen, falls es euch interessiert. Aber regelmäßig bekommt ihr solche Trades vorgestellt. Im Trade des Tages natürlich beispielsweise einer der Letzteren. Es gehen nicht alle immer gut, das muss ich fairerweise dazu sagen. Aber Ebay war jetzt einer der Jüngeren. Der ist jetzt hier in drei Tagen dann zack auf die Zielmarke. Und sogar darüber hinaus, einige lassen die Gewinnziele dann sogar noch laufen und gehen dann nicht hier raus. Aber wir nehmen hier normalerweise dann den Gewinn mit. Und wir haben derer dann natürlich viele, die wir dann in dem Born for Trading dann auch vorstellen. Zum Beispiel Euro gegen Yen ist da in der Vorbereitung. Aber auch ganz andere. Und aber auch andere Handelsansätze, die wir dann natürlich noch mit besprechen. So, aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Ich hoffe, dass sich damit die Frage ein bisschen, wieso stehen da so viele Informationen für einen Trade, damit ihr, auch wenn ihr Nachzügler seid, wenn ihr das erst später seht, gegebenenfalls wisst, soll ich noch reingehen? Ja oder nein? Denkt immer dran, wir geben die Preisspanne an und wir kaufen nur in der Preisspanne. Wenn ich also zu spät an den Rechner komme, der Kurs steht schon hier, wird sowieso nicht zu diesem Preis gekauft, sondern wenn überhaupt dann zu diesem Preis gekauft worden sein. Future 2 Passiv oder was weiß ich was hier, keine Ahnung. Ihr seht, worauf ich hinaus will, hoffentlich. Ansonsten fragt nochmal nach, schreibt es in die Kommentare rein und versuche ich das nochmal besser zu erklären. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute mit den gar nicht so schlechten Aussichten eigentlich für den Markt, auch wenn ein Rücksetzer der Sache durchaus dienlich wäre. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.